Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Prof. Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Ich bin die Stimme von Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast, der über wissenschaftliche und praxisnahe Themen rund um die neurologische Autoimmunerkrankung, wie zum Beispiel die Myasthenia Gravis, informiert. Ich habe viel über die Myasthenia Gravis gelernt. Ich habe gelernt, dass es die sogenannte Snowflake Disease ist. Das heißt, das ist eine Erkrankung, wo kein Patient, keine Patientin der anderen gleicht. Also ein sehr individuelles Krankheitsbild mit individuellen Herausforderungen für Alltag, Beruf, für Freizeit, für Familienplanung. Und ich glaube, es ist jetzt mal höchste Zeit, dass nicht nur die Ärzte zu Wort kommen, sondern die Betroffenen selber. Und deswegen möchten wir eine neue Podcast-Reihe ins Leben rufen, die heißt Let's Talk Myasthenie, ein Podcast für Patientinnen und Patienten. Als Moderatorin für diese neue Reihe haben wir eine ganz besondere Persönlichkeit gewinnen können, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Und ich möchte ihr quasi den Staffelstab übergeben. Ich begrüße Sie herzlich, Frau Sabine Brauer. Herzlichen Dank, Herr Professor Grond. Ich bin Sabine Brauer. Ich bin 55 Jahre alt und bin die Stimme von Let's Talk Myasthenie. Ich bin beruflich Ergotherapeutin und Verfahrensbeistand für Kinder und Jugendliche am Gericht gewesen. Also war so ein bisschen auf der anderen Seite der Patientenliege oder Behandlungsbank. Das hat es mir am Anfang der Erkrankung aber gar nicht einfacher gemacht. Im Gegenteil. Ich hatte sehr, sehr große Hemmungen bei Arztgesprächen über meine Symptome und Körperveränderungen zu sprechen. Habe dann natürlich auch nicht sofort die richtige Diagnose bekommen. Das hat einige Jahre gedauert bis zur Entfernung meiner Thymusdrüse, bis dann eine Therapie gefunden wurde, die funktioniert. Also das war eine sehr schwere Phase. Jetzt möchten Sie mit diesem Podcast ja Patientinnen und Patienten ansprechen. Was möchten Sie erreichen? Was möchten Sie mit auf den Weg geben? Ich wünsche mir für andere Betroffene, dass vielleicht auch schneller eine Diagnose gestellt werden kann. Aber ich wünsche mir auch sehr, dass die Arzt-Patienten-Kommunikation sich verbessern kann. Und da sehe ich auf der einen Seite den Arzt, der vielleicht lernen könnte, zuzuhören, den Patienten ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite aber auch den Patienten, der lernen muss, seine Symptome in eine Form zu bringen, die eben dem Arzt in der Kürze der Zeit auch zugetragen werden kann. Jetzt machen Sie uns mal richtig neugierig. Was wird uns erwarten? Ja, unsere Themen sind der Weg zur Diagnose, also wann waren die ersten Symptome, was waren die Symptome und wie lange hat es dann endlich gedauert, bis diese Diagnose gestellt war. Dieses Thema Intensivstationenbehandlung, Miasteniekrise, das ist ja für viele Patienten eine sehr einschneidende Erfahrung. Was sind die Folgen? Wie ist der Umgang damit? Ja, und dann natürlich das Thema, wie bereite ich Arztgespräche ganz gut vor? Und natürlich auch dieses heikle Thema Thymusdrüsenentfernung. Das kann ja dann auch sehr persönlich werden. Haben Sie davor keine Angst? Nein, auf keinen Fall. Also das ist sehr, sehr persönlich. Und das soll ein Raum sein, wo Menschen auch vielleicht sich trauen, Dinge auszusprechen oder anzusprechen, die in einem Arztgespräch gar nicht auf den Tisch kommen, weil eben diese, wie ich am Anfang gesagt habe, Hemmung da ist. Ist das jetzt wichtig? Möchtet ihr das hören? Sie haben, Frau Brauer, mich jetzt neugierig gemacht. Ich bin sicher, dass die Podcast-Serie bei Ihnen in guten Händen liegt. Und ich hoffe und wünsche, dass nicht nur Betroffene diese Podcast-Serie hören, sondern insbesondere auch wir Ärztinnen und Ärzte. Denn ich glaube, wir können von den Betroffenen sehr viel lernen und müssen das auch. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück, sehr viel Erfolg bei Ihrem Podcast und ich werde ein treuer Hörer sein. Herzlichen Dank, Herr Professor Gront. Das haben Sie eben sehr schön gesagt. Und das wäre mir auch ein Herzensanliegen, weil genau darum geht es, dass Arzt und Patient es miteinander gut haben, eben eine Therapie auch anzusetzen und das Leben, die Lebensqualität zu erleichtern. Herzlichen Dank. Let's Talk Myasthenie. Der Podcast für Patienten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.